Eine riesige Flut kommt, Fini. Wasser? Hier? Stell dir vor, Weltuntergang sind Flut und alle flüchten auf ein riesiges Schiff namens Arche. Alle Tiere sind auf der Arche willkommen, solange sie auf Noas Liste stehen. Und was machst du? Glaubst du wirklich, dass das funktioniert? Wir kommen auf die Arche. Wirst sehen. Neue Freunde finden. Soll das ein Witz sein? Oder was? Ziemlich gute. Findest du, ich sehe so aus? Ja. Das war seine Idee. Oh Mann. Die Flut! Hey! Ihr dürft nicht ohne uns fahren! Doch plötzlich, Arche weg, Eltern weg. Fini? Sind Flut da? Was für ein Glück, dass du jetzt nicht allein bist. Ziemlich schlaue Idee. Ups. Denn nur wer zusammenhält, hat noch eine Chance. Im coolsten Zimtflut-Abenteuer ever. Mein Name ist Bobesi. Willkommen im Team. Ich werde dieses Schiff für niemanden wenden. Oh, 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 oh. Jemand muss mal geknuddelt werden. Jemand muss mal geknüpft werden. Oh, oh, oh. Jemand muss mal weg. Oh, 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 oh. Oops, die Arche ist weg. Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung. BR 2018